Gedanken sind wie Wasser in einem Fluss, können sie verschwinden. Das Wort Gehirn im Kopf hat Wahrnehmung beschränkt, die unsere Sinne auf der Makro- und nicht der Mini-Welt abgestimmt werden. So ist unsere Vorstellung davon, was das Leben von unserer Wahrnehmung ist, falsch. Wir haben so viel mehr zu erfahren, was ist Leben und die Existenz. Wer kann sagen, was glaube falsch ist, da sind wir alle ein bisschen recht, ein wenig etwas falsch. Wissenschaftler haben Wiederholbarkeit, Dinge interpretieren, anhafteten. Aber das ist kein Leben. In einer komplexen Welt fraktale Dinge wiederholen nicht. Kluge Weise sagt, dass sie nie zweimal in den gleichen Streben Schritt können. Dinge wiederholen nicht. Zählender Gänge Die Hälfte Gäste Säge Die Hälfte